Ich hab's! Na los, Vicky, raus damit! Wir bauen uns ein großes Rad, so eins wie die Mühle hat. Das schlägt jetzt deine Stunde, Zimmermann. Heutz Donnerwetter ist schon so gut wie erledigt, Vicky. Jetzt macht's schon! Holt diese dämlichen Fässer an Bord! Idioten! Jede lahme Schnecke ist schneller als ihr! Ja, wir haben's gleich. Nur noch ein kleines Stück. Ja! Ah, meine wunderbaren Fässer! Was? An die Ruder! Wir nehmen Kurs auf das Drachenboot! Na dann los, Wikinger! Sven wird Augen machen, wenn er das sieht! Hehehe, es klappt! Ach, warum geht denn das blöde Ding nicht ab? Das muss doch irgendwie abgehen! Bei meiner Deckenwappe! Na 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 na! Hehehe! Na 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 na! Das ist mein Junge! Geben wir ihnen eine Vorstellung, Wikinger! Die sollen jetzt mal Bauklötze staunen! Was? Was ist das für ein neumodisches Ding? Hallo! Hallo! Ja, juhu!